Nasenkorrekturen bei Männern ist ein besonderes Anliegen der plastischen Chirurgen bei uns. Das liegt einmal daran, dass Männer Extreme nicht tolerieren und das Ganze sehr, sehr natürlich sein muss. Also ultra natürliche Darstellung der Nasen, ohne das Charisma des Mannes hierbei zu einzuengen. Ich denke, in diesem Fall kann man sehen, wie schön das Ganze erfolgt ist und man kann sie mit diesem Ergebnis den Patienten glücklich dann entlassen.